Was sollen wir denn machen? Ich versuche in das Haus zu gehen. Lange nicht jemanden gesehen, der so gut gegast hat. Lange nicht. Die Drohne ist unterwegs. Okay, jetzt wird auf mich gemörsert. Da auch nicht. Oh, da kommt einer rein, Lukas. Bei mir rennt irgendwo einer. Fing ins Fokus. Nur noch einen Gegner. Erledigen Sie. Freund Aktivitekt. Verkehre die Position. Ich weiß gar nicht, ob der drauf schießt. Oh, ich kann weitergehen. Oder auf die Drohne. Gut zu wissen, dass die beiden da sind, dann kann ich ja weitergehen. Aufpassen. Ich platziere hier ne Mine. So, Nummer eins. hey ich platziere mine wo ist der rohr wo das heißt wie verkauft hier wir haben wiederbelebt da schießt gegen den busch wenn er so einer beschissenen stelle rausguckt dann seid ihr selbst schuld sorry aber das ist gackes was ihr da macht ist das unsere oder der alles kackes was die hier machen pure kackes du fliegender bastard ich könnte mal probieren aber ich kann noch nichts versprechen ob ich das längerfristig machen werde ich nur erst mal so lange bis wir ihn gefunden haben ja ja das soll nicht funktionieren denke ich ja gut dann bin ich mal proben was mache ich jetzt sniper ist rechts auf dem berg der kommt gerade runter geraten eckelon ist vor mir das heißt sie wissen wo ich bin ja das glaube ich auch ich kann versuchen hier hoch zu klettern aber und du kriegst in der deckung da hinter diesem stein denke ich ja ja ohne ist gescheitert kannst du ihn auch nicht ne ne jetzt bin ich jetzt was aktiviert der gerade äh ich sehe nichts gerade das ist ein problem da unten das ist gut wenn ich überlebe ich hoffe zu dir oder er ist im haus eckelon son ich werde hier stark eingedeckt YOLO ist nur einmal im jahr ach du scheiße ja da läuft einer und da vorliebt auch einer headshot also Minen sind keine mehr ja ich muss wieder rechter spielen sonst wird das hier nix das ist einfach scheiße dass der typ da oben nicht überlebt hat gegen die sniper hätte er das geschafft wäre ein aber wusstet ihr ähm hu 후보 alle verletztinnen sind tot nicht erstellen erreichen sie den sender und starten sie die Übertragung ist da oben hin muss ja gucken ob rechts so scharfschütze hoch end der typ wenn er oben ins dach geht dann kann ich nicht mehr da musst du wieder abschließen die hält halt drei hits aus scheiße wir haben verlor gerade wieder blieb ob ihr überlebt das scheiße man richtig retardet richtig retardet abgerutscht das scharfste liegt immerhin da hinten er hat sich nämlich kein millimeter bewegt oh hier ist ein radio erst mal radio höher ich wette auch die werden mit mir rechnen jetzt er kommt zu mir da ist einer ich habe im gesetz medik war da oh ganz knapp ganz Der Scharfschütze lebt noch Lebt der andere Typ auch wieder Da läuft einer Zwei Zwei Die gehen alle oben rum Wurzverblutet Die werden gleich alle bei dir aufkreuzen Geh mal weiter vor Da hinten ist der Scharfschutz, okay Aber die drei, die kommen gleich an dir vorbeigelaufen, denke ich mal Haben die der Kolon dabei? Nein, nein Da lebt wieder einer, am Fass In der eine Richtung ist im Moment noch keiner direkt bei dir dran Dass du einmal vorrückst Kann ich nicht Ja nicht, lass einfach Ich bin nicht eingeschossen, ne Muss gar nicht So So Ich lass ihn dann lieber verbinden Er blutet Wann soll er jetzt da runter? Gegner getroffen Ich wurde gesichtet Sichtkontakt zu Feind offen Fuck yeah Und mit den Toren noch rum zu dir Ah, da ist einer Bitte, 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 komm Nein, so knapp vor mir Ich muss aber abknallen Ey, war dir jetzt einer hinter dir? Oh fuck, fuck, fuck Ui, nice Kasse Kiste Da gewinnen wir das Ihr Lego wütet gemacht Lego, jetzt treffern tun Ja Da Lego, jetzt treffern tun Hehehe Unter Feuer, unter Feuer Unter Feuer Sollte das lassen Verliere den Kampf eh Ja Einer bitte zur Kiste gehen Oder einer zur Kiste Wenn du mir Rückendeckung gibst, kann ich das machen Ja, der geht jetzt einfach zur Kiste Wenn du mir nackelt Fack, Alter Hier ist noch wer Ah, der hat mich doch noch bekommen Granate fliegt Der ist hier dann Achte, der wird jetzt dahin kommen und sie wiederbeleben Unter schweren Feuer Granate, Vorsicht Ach, das sind zwei Achtung, passt vor Sprunggelegt Kannst du wiederbeleben Ach, ne, 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 ne Stopp, da oben, da oben, da oben Da oben Ja, der schießt den Dreck so endlich Oh, schau mal Ich bin getroffen Ich sage, als ich Stopp sagte meinte ich Ja, was soll ich machen? Anhalten Stehen bleiben Aber, meine Deckung war nicht mal da Du warst nämlich in Deckung Der war auf den Container oben drauf Schau mal da Sehr schön, jetzt kannst du wiederholen Wo ist der? Ja, der kommt gerade hinter mir hinter mir her Ja, der kommt gerade hinter mir hinter mir her Belebt mich als erstes, weil ich bin schon in der Ecke Hätte ich jetzt die Vorhut gehabt, ohhhh, das wär gar gewesen Ne, ratz mich Ich bin mehr weg Ja, wenn er von hinten kommt Seht schmerzhaft aus Ich bin mehr weg Ja, der geht Er 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 geht Werbebild drin Ja Bei mir ist der Stirnfried in der Nähe Was? Ja Geh mal raus, was wärmen wird Schlechtes Signal, die stören die Drohne Lass mich raus Oh, ich hab, wir haben ihn Oh shit Lass sie ruhig hacken, dann kann ich sie abschließen Ja Also bei zwei zumindest, bei eins ist es bisschen schwierig Die drei Leute sind auf jeden Fall jetzt hier rüber gelaufen Ja, bei zwei kann ich auch hin Wo ist der letzte? Nexos passt auch, ne? Hm Geht Geht Bin hier festgenagelt Geht, bin getroffen Das war es Ne, der rennt jetzt hier hinten lang Ja, der ist nach hinten gerannt Der ist nach hinten gerannt Der ist nach hinten gerannt Also raus aus dem, aus dem Seeländer Du hast ein bisschen Auge auf mein Buka eingekommen, ne? Lukas Ah ja Okay Warte, wenn da jemand kommt Die Drohne ist hin Wir haben einen Jett Geil Da bei mir kommt das unten Bei mir Nexos passiert Ja ja Okay Also da sind drei Leute Irgendwo da drin sitzt der erste Ich glaub irgendwo Gegner betracht Gut, die Störfels weg Aber bei mir ist auf jeden Fall Aufpassen Ich glaube da drin sitzt irgendwo einer Ich glaub die wissen wo Nexos ist Mhm Zu mir kommt einer Ich sag ich hab mich ganz kurz noch verdimusieren Hey bei dir kommt noch einer rein Sorry dass ich erst so spät Hey noch einer Vor einer Vor einer Hinter dir, hinter dir jetzt Hinter die Dinger hin Vor dem Buka Direkt, jetzt Direkt, jetzt Direkt Hinter dir jetzt Ich mach Schaden on Mars Das ist das Geile Ja der ist irgendwo da hinten Glaub ich Ah 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 er war direkt bei mir Direkt Okay du kämpfst die Leichen Geh dahin, geh dahin Nexos Der wird versuchen Du kannst da nicht durchschießen Äh genau Wie Eis wieder nehmen Der darf die Leichen nicht wieder nehmen Der darf die Leichen nicht wieder nehmen So er ist im Haus drin Lass ihn drin Versuch's nicht Er trifft besser Das wird wieder Das wird wieder Lass nexos das machen Lass nexos das machen Rösch' nur wischen Wo der ist Ich hab mal die Drohnen los So er ist da Geh dran Ist jetzt hier hinterm Sein Jetzt geht ran geht ran Geh ran Der kann dir jetzt wiederbeleben In den Einkehr Heiß Weitere Äh Ja jetzt Geh in Deckung 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 Das nexos da Nexos hast du schlussend drauf Okay Jetzt geht vor Jetzt geht ran Granaten Ja Okay Ein Bild bilden können Bei der 2 Weg nix Warte jetzt bestimmt noch was überhaupt hier hinten rum gehen In den Einzelnen Warte eins ist was Ja Ja äh ich bin jetzt bei der äh 2 Also wenn jemand aktivieren möchte Äh ich nicht ich Geh ins aber weiter Nix gesehen Es wird zwei Ah bei mir ist ne Drohne Was aber nix heißen muss Bei mir ist ne Drohne Sag dir wenn einer rübergelaufen kommt Also da guckt er gerade hoch um mich auf mich zielen zu können ihr könnt echt an die zwei reingehen das ist safe kann sein dass da jemand auf euch schießt aber das ist halt im moment echt so machts weiter die zwei unsichtbare drohne weg ich hoffe die haben keine das hoffen wir doch alle bei mir stimmt wird ich werde mal von hinten kommen hast du ein fleisch geschmissen ich denke ich werde beschissen da geht es ja nicht super jetzt lego wir haben hier sprengminen was macht denn der letzte kerl hier ist das der lefker doch ja ja lass sie lass sie sein Was ist hier mit Ruhe? Das ist Denk-Shit Verteidigen Sie die Übertragung Habe ich das Gefühl? Habe ich nicht nur das Gefühl, ist so